Ich bin Starz. Starke! Was? Spiel du Ruhe im Sonnensatz! Ich bin Starz. Wenn einer hier gegen mein Bauch rett, dann wird die drei Spiele er zurück. Ha? Musik Die Blumen in der Bühne sind die Blumen in der Erde. Und die Züge der Züge in die Hüse des Züge in die Hüse des Züge. Das ist die Kraft des Züge in die Hüse des Züge. Dach! 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 Hallo! Ich würde 2 pieces of fish, gush poppies, and French fries with a drink! Dach! Ich würde 2 pieces of fish, gush poppies, and French fries with a drink! Dach! 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 Gush poppies... ...dont du know what gush poppies are? Dach! Dach! This were small fried bread balls that always come with every meal! Porque malte! you Fima Fima Raichi! I said they are not real poppies! I said, gush poppies. Black term fucks is negotiating! You know what. I'm going to another Long John Silver's, since they hired a fat idiot gudow! worst. Wismite! That's a slave! And I'm reporting this to the police for assault. See you in hell. Not a M realidade! Dach! Ah, no, no, no! Nein, 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 nein! Es ist zu viele in der Küche für mich, okay? Schrapp-Rin, Schrapp-Shrimp! Es ist stinking! Du musst eine Spock-Shrimp, okay? Schrapp-Rin, Schrapp-Shrimp! Ich will demonstrieren. Notice diese unglaublich seafoßen-Marmian, Golden-Brumm-Fisch, Krispy-Grunsch-Deep-Bright-Sexy-Shrimpies, und das Succulent-Lobster-Stuff-Krab-Ka- All für nur 3.99! Unbeleihb-All! Oh, Schrapp-Shrimp! Schrapp-Shrimp! Ja, ja, ja. Ach, 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 ach! Attention all seafood shoppers! The new 21-piece crunchy shrimp basket combo is only 2.99, okay? Imagine if you will! One bathroom breaks later. ... Ich bin nicht! Ich bin nicht! Wenn es lebt, dann muss ich mich nicht mehr warten! Hallo, ich würde gerne einen Grilled Salmon. Ich würde einen Grilled Salmon! Was? Warum nicht? Ich würde einen Grilled Salmonen nicht mehr denken! Ich sehe einen Salmonen da. Ich gebe mir einen Salmonen. Ich würde einen Grilled Salmonen nicht mehr sagen! Screw this! I don't have time for this bullshit. I'm going to Red Lobster. I hope you die from a shark attack. Hallo! Ich würde einen Salmonen nicht mehr sagen. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Ich würde einen Salmonen nicht mehr sagen. Ich würde einen Salmonen nicht mehr sagen. Ich würde einen Salmonen nicht mehr sagen. Wir rangen mal davon an! Das 6-piece Crunchy-Fishstrip-Tumbo ist only $2.99. Now, give it to you. Hello, I would like to buy a big catch meal. No, thank you. I guess I'll just head my way up. Hey, don't force me to buy things. I appreciate the suggestion, but you don't have to act like an ass. Fine, can I just get a popcorn shrimp instead? I would have to act like an ass, Mr. Seen! Jesus Christ, I seriously can't take it anymore with a fat ass forcing me to buy this or that. I'm going to Arthur Treachers instead. Hope these fish fuckers fire you. The 9th army is unable to move to the north. Fish and Africa is free! The enemy forces increase our team in ten times. It's cold. It's cold. It's cold. It's cold. and the South is lazy. Those big boys! They pinch it! Thisidas!!! Thisida!!! Attention! They knew 21-piece crunchy shrimp basket combo! Thisidas!!! Thisidas. Get some shit! This is theç NASDAQ! Ich bin nicht! Lass es mit! Lass es mit! Frieden with slave! Dich. Hello, I would like an eight-piece fish and chicken meal, please. Gottemut, I forgot my wallet at the car. Excuse me for a moment. I'm gonna go get... Ow. Oh, yeah. This Fort of July and I have brought so many fireworks. You might want to run. Hörl, Slick. I have been receiving multiple complaints about you being moved to. Oh my fucking God, my restaurant. What the hell happened here? You joined in their firework party instead of kicking them out. Harold, this is unacceptable. I heard enough. Harold, you are fired. Hmm, it's a pretty interesting thing, but I think it's激烈力. Well, I'm always playing with Engel, right? Engel? Engel? If so, I'd like to talk about Snowranco and Snowranco, I'd like to talk about Snowranco too, but... What? I'm going to call him Rosenbrook Engel. Stop the fuck off, you original alien prince. You don't mess with the goddamn Microsoft stems around these parts. Yeah, because if you don't think we're gonna get into your cause, You thought wrong dudes. I think that will last, because those other waves are gonna be a lot more challenging. Yeah, and we're talking to you, Miss Traitor with the bread. You own a fucking bakery, too. I can fucking bet. CJ! Buster! Straight Buster! Hey there! LFPD! Yeah, Manny's idiots just don't give up! Then, let's go ahead and do girls' talk! Girls' talk! Yeah! Girls' talk, start! I'm going to SWAMS right now! That's hell! Oh, fire and earth! Free this cup of its earthly boughs! Oh, I'm sorry. Shut it down, ball of crack hole! So, wait! Kill me, and, and, and I'll be dead. You're just a ball in disguise. No, no. Okay. That's my homie, Mr. Jack. I love this place. I feel the need for a nap. But, for me... Saving everyone and everything all the time is quite exhausting, you know? So, that's right! The producer-san always thinks about the world and the people's lives, right? That's amazing! Hey! Hey! Ah! Fancy seeing you here. Course, I'd much more fancy as if you weren't. Hey, Jack! Get some beers! Right! Ah, I love this town. Hasn't changed a bit. Hola, sexy. Sure! 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 Got this? Sure! Got this? Sure! I'm about to lock up on this foot. I don't feel shit. Go to town! What? What happened? What happened? You're the most feared pirates in the Spanish man. The most feared pirates in the Spanish man. This appears to be an opportunity for us, The most feared pirates in the Spanish man. Ohhhhhhhhhhhhhhhh! Look at you. You can't see me. What? Toro CJ, It's so happy. Take me back to grow, CJ. Man you got an ease up son. Whatever... I'm thinking about your nice hair cut, man! Plus you work in on one. What I will no longer! Don't expect me to kiss your hat once a night. Oh Tana-chan, eat it! I was humiliated. Now this is a really interesting statue. You've got to be kidding me. I didn't put those in my bag. You too? Where did you find this, Spike? Go ahead, try one of your jokes out on me. I laugh at everything. What did you say? Have you tried using your tail to shoot him away? You are not getting this crown. I am not careful. That is my least favorite thing to do. What are you showing? How could you? I'm so excited. I'm excited for your own protection. Storm clouds? I ordered perfect weather. Rainbow Dash? I have to admit, when Matilda said we needed this place ready by today, I was a little nervous. With you by my side? I knew you were getting the same time. There is nothing like a best friend, is there? Anything's possible when you know somepony as well as we know each other. Are we talking about the granddaddy's gonna be out of the Wonderbolts unless we solve this thing? Okay, I feel good. You're ready to attack the game, as Iron Will said. I... Maybe the stack didn't work well. You're ready to attack the game, as Iron Will said. What are you talking about, Bon-Bon? My name is in Bon-Bon. It's Special Agent C3. I'm so blinded by fear that they can't remember what friendship is. Nothing we do makes any difference. I'm so blinded by fear that they can't remember what friendship is. Oh, my name is in Bon-Bon. Oh, ich... Ich habe... Untertitelung des ZDF, 2020 Ich habe mich überrascht, was ich mich überrascht. Kana? H-H-H-H-I! Passieren! H-H-H-H-H-H-H-H-H! H-H-H-H-H! M-N-G-E! M-N-N-G-E!!! M-H-H-H-H! ham-hat! Ich will nicht mir die Saches aufgeklärt. Nein, nein! Und dafür! Wir sagen einfach, die Leute! Aber wie bei einem jeden von Schrauben auszusehen! Schrauben Sie sich dann mit einer E-Mалистik auszusehen? Ich wille erst dafür überlegen, was ich? Und da die Sachen auf sich vermitteln und selbstverständlich denken? Ich suche mich, oder? Ich will fehlern Sie! Wenn er sich ohne Befehl entfernt, hat er an die Fahrnflucht. Ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich. Dann entlösen wir die Westerun. Der Anruf Steinerfahrt befehl! Ich kann nicht, ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich kann nicht, ich kann nicht. Ich kann nicht. Komm schon! Es wird Spaß. Aber... Mein Führer, die Zwölftermäh marschiert nach Westen Richtung Elbe. Ausgedrückt! Aber sind noch zwei Fehler, dein Befehl? Ich glaube, ich habe mich frei! Ich habe mich frei! Ich habe mich frei! Ich habe mich frei! Ich bin so nervös! Ich bin so nervös! Nani? Ah! Ehm... Schifo ist ein Tor, der Westerabbie! Die neue Armee ist ab und in der Bewegungskonferen. Aber ich bin so nervös! 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 Da ist ein Monster, der Ponybell oder so. Ja, ich würde mit dir gerne mit dir wenden. Ich bin so nervös! Und die meisten Wunderbolts mögen eine Flashy Entrance, also bleiben Sie sicher. Oh, wir haben schon ein Mysterious Monthly Pie Donations bekommen. Ich denke, es ist ein Kind von Bugbear. Das muss man so schrecklich sein? Es macht mich, dass Pre-Flight Checkliste wirklich hilft, um unsere Efficiency zu erhöhen. Liebe Leute, meine Damen und Herren, ich bin Ludwig Masks. Und hier, ich wünsche Ihnen Sie, zu bestehen sich über die Medien, um unsere EASY-Rusus zu erzulegen. falls, wir und die um den Süd- und Süd-Wild-Güðilichen, werden Sie die Umwelchang mit dem Süd-Wild-Wild-Wild-Wild-Wild-Wild-Wild-Wild, Das war's. Der Weltmatt und Kranky ist zu sein. Okay, niemand wurde verholt und wir haben viel zu tun. Ich habe sie und habe sie alle. Und ich hoffe, meine Klasse ist das auf ihrem Spieltrip. Ich hatte gute Freunde in Canerlot. Ich wusste nicht, dass die Party so wichtig ist. Und du bist nicht der einzige, mit einem secret. Du kennst, die expensive, importer Oats du hast für eine spezielle occasion. Twilight, bist du okay? Nein, ich bin nicht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie du all diese Ordens steigst. Du kannst ihn nicht. Er ist eine lebendige Legend. Ich weiß, du bist bereit zu finden, aber focus auf die Routine für jetzt, okay? Oh, ja. Und ich sehr gut empfiehlt es. Ich glaube, mein erstes Frage wäre, was die Wunderbolt? Du hast nie gehört, die Wunderbolt? Wo hast du schon? In Flüchtlinge, ich glaube. Es stimmt. Herr Produkter, Herr Produkter. Herr Produkter, Herr Produkter! Sie haben viele Liebe neuere Wissenschaftler. Ich habe mich über den Tee-Mail-Sack-Sack-Sack-Sack-Sack-Sack-Sack-Sack-Sack-Sack-Sack-Sack-Sack-Sack. Oh, oh, Tanako. Ich habe mich über die Hände. Danke. Ich bin unvergültig. Ich werde kurz nachdenken. Oho! Aber erst mal ein Lieblingsbewerb. Hallo, Jaber! Wenn du gut bist, wenn du gut bist, wenn du gerne bist, dann kannst du immer wieder sein. Hey Mann, du werfst? Kill your ass! Komm schon, wir müssen diese Fools jetzt! Aber diese nicht immer... Sie können meine wirkliche Sprache meinen Worten. Entahm... Oh, das ist für meine Daten, dass ich meine Namen verletzend habe. Dann haben wir einen zweiten Punkt. Adalty hat sich die魅力. Adalty ist nicht in Englisch. Aber ich weiß, dass es nicht so gut ist. Es ist ein sehr guter Teil. Ich bin Chocohliot-Voghut. Hallo, ich bin Chocohliot-Voghut. Sie glauben wir uns die Hörer der All-Werhung des ZDF-Ihr-Menschen? Oder Sie glauben wir uns nicht mehr so lange, es sind noch nicht wichtig, ich möchte Ihnen ein Problem, dass Sie die Hörer der All-Werhung des ZDF-Ihr-Menschen als Verzimmer-Projekt. Sie wollen wir uns in den All-Werhung des All-Werhung des ZDF-Ihr-Menschen? Das ist doch nicht so wichtig. Sie wollen die Hörer-Werhung des ZDF-Ihr-Menschen. Ich bin der All-Werhung des ZDF-Ihr-Menschen. Vielen Dank.